Danke, Hebrot. So, dann wollen wir jetzt genug haben, können wir jetzt, wo ist es, da hinten, das hier freischalten. Und dann sind wir fast auf die Quest, soweit wie wir vorher waren. So, weil wir ja auch noch nicht genug haben. So, wir haben zig Aufgaben. Aber läuft gut. Und Traumschwerben. Und wir brauchen immer noch die Smaragde. Wir brauchen immer noch die Smaragde. Wir brauchen immer noch die Smaragde. Und wir brauchen auch die Smaragde. Und da ist ja noch ein 2er. Okay, das ging schnell. Was ist das? Oh mein Gott, wir haben Champignons. Geil. Nein, das kann ich gerade nicht gebrauchen. Nein! Und? Zitronen! Hallo! Hi! Ähm, vielleicht ein andermal. Ist doch recht teuer. Oh, und Okra. Einen schönen Tag noch! Ähm, das machen wir aber. Pizzabrötchen! Sehr geil. Liebe Pizzabrötchen. Hallo, Kumpel! Was haben wir hier? Reissamen! Okay. Und Okra. Und Pudding Squawk. Oh, sehr geil. Richtig lecker. Das hier. Kakaobohne. Oh mein Gott. Wir werden hier viel zu tun haben. Gut. Sind dann ja nur noch drei Gebiete. Ich frage mich, ob das hier irgendwann nochmal erweitert wird. Ich meine, das wäre cool. Oh. Nein, ich wollte nur ein Fleischstück. Oh, okay. Sehr hühn. Äh, lass es dir schmecken, Aaron. Äh, für die dufe Frage. Was? Kennst du Frühlingsquark nicht? Steht meistens sogar... Ja, bei dem ganzen anderen Quark. Und Käse und sowas. Sind wir uns bei uns? Es meine ich Quark mit Frühlingsfiebeln, oder? Zumindest mache ich den mal ja meistens selber. Dann sind wir halt mal Frühlingsfiebeln und Kräutern und sowas drin. Ich liebe es. Ich liebe es einfach. Das ist so lecker. Naja. Frühlingsfiebeln sind übrigens etwas, was ich noch essen kann. Ohne, dass mein ganzer Hals direkt anschwillt. Ohne, dass mein ganzer Hals direkt anschwillt. Oh. Ähm. Okay. Locker. Ich habe keine Ahnung. Okay. Ich brauche neue Truhen. Ich brauche das aber auch gerade. Was war das andere? Zitrin. Ähm. 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 gute sack ein von drei wow oh mein gott ich habe ernsthaft nicht genug weichholz mein gott wie viel wir schon herstellen könnten maschendrahtzaun stehe da mal nur noch an sich von her okay die nein oder gemüse ist eine pflanzen und aus der familie der malven gewächse acht grüne neun da kommen auch erst mal drauf aber da kann ich dann müssen nachgucken ich habe ja nicht damit gehabt dass sowas kommt und das ist aber das ist aber eine miese aufgabe dann das alles zu entfernen und da dann neuen boden oh mein gott damit es sei ein topf ok ok ja gut man lernt immer was neues grob was haben kann zu wenn ich merke wie man stimme den tag über immer kratziger wird wenn man anscheinend wieder krank wird nicht krank werden um um Du weh, bis die Stimme aufgibt, na auch. Du meinst aber eher, bis wir schlafen gehen. Also ich. Oh mein Gott, da sind auch so viele coole Sachen. Ich bin echt mal gespannt, was noch kommt. Die Schoten haben wir ja bald alles. Kirschenstachelbeeren. Reis habe ich ja jetzt quasi auch schon. Das ist das Slash-Eis. Okay, Gerichte fehlen auf jeden Fall so einige. Hallo. Mhm. Danke. Gerne in Küstenfrosch. Ah, echt? Ich habe Küstenfrosch bisher nur einmal gesehen. Oder zweimal. So irgendwas in dem Dreh. Okay. Okay. Ich mache jetzt einmal ganz kurz auf. Du, 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 du. Okay. 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 So, würde ich wissen, wie teuer die Möbel sind? Wunderwitzig, wie wir das immer noch zusammenkriegen. Gegritte Aal habe ich leider nicht. Einen Erz habe ich leider hier auch nicht drin. Ich kann dir gegritten Fisch anbieten. So, nee. Zweiter Hund. Leck mich. Der hat sie wohl nicht mehr alle. Der hat sie nicht mehr alle. Ruhe. Guck mal, Mariana, was brauchst du? Ähm, nope, habe ich leider auch nichts davon gerade da. Ja, gerne, auch wenn ich dir nicht helfen konnte. Wir haben es nicht da auf dem Questen, dann hat keiner kommen wir weiter. Gut, doch, wenn ich sie mal aktiv verfolgen würde. Gut, doch. Dann stellen wir hier nochmal die Kiste hin. Hier hinten brauche ich übrigens auch noch ein Radio. Das sieht doch aus. Das war auch wieder frozen. Also, jetzt gehen wir noch mal ein bisschen... Achso, und jetzt gehen wir noch mal ein bisschen... Was ging jetzt hier? Geld machen. Wir brauchen 8400. Irgendwie... Irgendwie... Oh Gott, das wird neblig. Was ist denn jetzt los? Wir brauchen uns noch ein paar Wolle. Dann gehen wir noch mal ein bisschen weiter. So, Wolle ist gleich Stufen 9. Und 3.000 kriegen wir. Wir suchen dennoch weiter nach Geld. Auf deinen. Gedöns. Farms. Na, muss ich mal gucken, mit wem ich dann mitgehe. Wer käme denn danach hoch? Wer käme denn danach? Ach, tut mir leid. Vajana, dazu müsste ich Vajana aber einmal hochkriegen. Nudeln und Lieder in der Glockenblume. Wie macht man denn Nudeln? Nur mit Weizen, oder? Schau mal. Ich probiere es mal kurz aus. Ich will nicht verraten. Ich find's gleich raus, hoffe ich. Hoffe ich, hoffe ich. Weizen und Tomaten gibt's, glaub ich, nur in Tomatensauce oder sowas. Weizen. Einfach mal gucken. Nee. Okay, gibt's Wecker. Äh, gucken wir einfach mal. Weizen. Aber gibt's nicht einfach nur das, äh, dieses Bolognese-Tomaten-Gedöns da? Mh. Nehmen wir doch schon mal, oder? Kenn ich Nudeln schon? Muss grad aber nachgucken. Hm. Ach nee, da ist noch irgendein anderes Gemüse mit bei. In Niedersfrüchte. Okay, mal gucken. Äh, Tomaten, so ein Moment. Tomaten, 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 Tomaten. Wo waren die Tomaten? Ich glaub, unten am Wasser, oder? Waren ihr am Wasser? Ich glaube. Olli, kannst du mir mal wieder Glitzer-Glitzer-Funkelstein geben? Ich weiß, er hat mir da irgendwas hinterher geworfen. Was? Mhm. Okay. Mhm. 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 Bis zum nächsten Mal.